Hey! 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 JLS She's a few Mein Name ist Hans, ich weiß von nix. Nein, mein Name ist natürlich Josef Zano. Moin Moin Leute! Sag ich mal. Ich bin gerade auf dem Weg nach Bremerhaven ins Studio. Wir arbeiten an unserer Runde zwischen Song Contest Geheim und Secret Sache. Naja, auf jeden Fall heute kriegen wir besuchen Sascha. Ich bin gespannt, weil ich habe überhaupt keine Informationen. Ich weiß nur, Sascha kommen sollte. Und mal gucken, was er da so macht. Er wird auf jeden Fall was drehen in seiner Sendung. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Nein. Ich bekomme natürlich immer alles wieder ganz spontan und mehr auf der letzten Minute mit, wie das immer so ist. Sonst hätte ich mir natürlich zu haare schön gemacht für euch. Aber wäre ja gut. Dann lassen wir mal machen. Der eine so, der andere so. Warten. Der Timo, der ist natürlich immer jeden Tag voll in Action. 24 Stunden arbeitet er für den Gitarren und finde ich auch sehr gut. Und man kriegt dann ab. Guck mal so ein paar Informationen dazu. Ich war ja gestern unterwegs gewesen. In Nordhausen. Im Harst. Schöne Gegend. Da liegen noch Schnee, Leute. Das ist ja so. Kann ich mal so schnell. Naja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder in Bremen. Ich bin gerade auf dem Autobahn hier. Im Hafen Südlässig gerade. Also ein bisschen weiter runter. Ich muss ja heute mal wieder selber fahren. Denn mein Fahrer mit der großen Immobilien hat es leider krank geworden. Was willst du machen? Alles klar. Wir sehen und hören uns später noch. Ja. Ja. Halt die Tür anstrengen.